Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Bindung von Anfang an. Ich bin Annabelle, bin Psychologin und begleite euch hier durch die Themen Bindung in Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit. Und da ich ja versprochen habe, dass ich es auch ein bisschen wissenschaftlich, aber gut verständlich hier halten möchte, habe ich heute eine sehr interessante Studie mitgebracht, die ich euch knackig und verständlich vorstellen möchte. Viel Spaß dabei! Das Thema Bindung kann man, wie ihr ja gemerkt habt, aus wirklich vielen Sichtweisen und Facetten betrachten. Und ich habe jetzt vor kurzem einen Forschungsbericht gefunden, der super aktuell ist, nämlich aus dem Jahr 2020 und zwar jetzt aus dem Januar, der untersucht hat, in einer Langzeitstudie. Oh, da freuen wir Psychologen uns natürlich immer drüber. Langzeitstudien sind natürlich mega aufwendig, aber ja, die Resultate können dann eben auch sehr viel aussagekräftiger sein. Da wurden Kinder aus rumänischen Heimen untersucht, die nach England adoptiert wurden. Also die sind gewisse Anzahl an Monaten in diesen Heimen erstmal aufgewachsen und wurden dann nach England in Familien adoptiert. Und man hat diese Gruppe dieser rumänischen Heimkinder verglichen mit anderen Kindern, die adoptiert wurden. Weil rumänische Heimkinder, das ist so eigentlich, also unter Psychologen sozusagen das Schlagwort für Deprivation. Also das sind Kinder, die unter ganz schlechten Bedingungen gelebt haben, die wenig Ansprache hatten, wenig Versorgung emotional, körperlich, wo vielleicht nur das Nötigste passiert ist. Und diese Forscher haben jetzt geschaut, was macht das mit der Gehirnentwicklung? Also man kann ja alles Mögliche schauen und sie haben sich jetzt auf die Gehirnentwicklung spezialisiert. Da hat auch der Professor Dr. Robert Kums da von der Ruhr-Universität Bochum mitgearbeitet. Also auch ein deutscher Forscher, der dabei war. Und das waren 67 Erwachsene im Alter zwischen 23 und 28 Jahren. Genau. Und das spannende Ergebnis war eben, dass man bei den Erwachsenen sehen konnte, dass sie ein durchschnittlich kleineres Gehirn hatten als die Kontrollgruppe. Und noch spannender war, je länger die Heimerfahrung war. Also je länger die dort untergebracht waren, desto kleiner war auch das Gehirnvolumen. Also jeder zusätzliche Monat hat 0,27 Prozent des Gehirnvolumens reduziert. Das ist natürlich total spannend. Und das war, also die Symptome sind eben dann ein verminderter IQ und eben ADHS-Symptome. Wobei ich auch immer sagen würde, dass es traumatische Symptome sind. ADHS und Trauma ist manchmal nicht so gut auseinanderzuhalten. Das ist so ein Problem in der Praxis, sagen wir mal. Klar kann man ADHS dann gut diagnostizieren. Das ist jetzt zum Beispiel bei so einem frühkindlichen Trauma schon wieder schwieriger. Wobei man bei denen ja jetzt genau weiß, dass es mit Sicherheit traumatisch war, was sie erlebt haben. Ja, was zeigt uns das? Also ich habe das wirklich sehr kurz dargestellt. Es zeigt, dass, ja, egal wie lange diese Menschen oder diese Babys in diesem unterversorgten Zustand waren und der Betrag war eben drei bis 41 Monate, waren die in diesem Heim untergebracht und auch die drei Monate nur dort verbracht haben, haben diese Folgen gezeigt. Es zeigt uns, wie wichtig diese erste Kindheit ist. Also diese ersten drei Lebensjahre sind unglaublich prägend und wie wichtig oder wie verheerend ein Mangel an Nähe, ein Mangel an Geborgenheit, Sicherheit und Versorgung ist. Ja, das ist, als Psychologen haben wir das natürlich gelernt. Es gibt ja auch diese ganz drastischen Studien, die um 1800 gemacht wurden, wo ein König einfach mal wissen wollte, was die Ursprache des Menschen ist und niemand durfte mit den Babys reden. Die wurden nur gepflegt und die sind einfach gestorben. Also diese menschliche Nähe und Zuneigung ist für uns Menschen von Anfang an absolut notwendig, um gesund aufzuwachsen, um zu gedeihen, um sich zu entwickeln. Und das lässt sich eben auch an so ganz, ja, Kennwerten wie eben der Gehirngröße sogar erkennen. Das Spannende ist, dass einige von diesen rumänischen Heimkindern das ausgeglichen haben, also da war trotzdem das Gehirn entsprechend geschrumpft, aber die hatten in anderen Hirnregionen, sagen wir mal, wie einen verstärkten Muskel, ja, der dann wiederum die Defizite etwas ausgeglichen hat, was es ihnen erleichtert hat, sozial kompetenter, mehr Intelligenz aufzubauen und, ja, so eine Art Resilienz zu entwickeln. Das ist ja auch immer das Spannende. Warum ist das für den einen überhaupt kein Thema und warum rutscht der andere dann später so ab? Ja, und dass man das an so einem wichtigen Organ wie unserem Gehirn sehen kann, ja, das ist natürlich eine absolute Langzeitschädigung. Das wird dann das ganze Leben dieser Menschen beeinflussen, wenn sie eben weniger intelligent sind. ADHS bedeutet eben auch weniger Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Also es wird ihnen natürlich nicht so leicht gemacht, das Leben. Und das, weil der Staat einfach so schiefgegangen ist. Ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal hier bringen, um die Wichtigkeit von Bindung von Anfang an darzustellen. Es lässt sich eben belegen, wie wichtig das ist, dass man sein Baby nach Herzenslust verwöhnt. Das Thema Verwöhnen hatten wir ja auch schon. Kann man gar nicht verwöhnen, ein Baby, weil die Grundbedürfnisse nach Nähe, Zuneigung, Geborgenheit, Liebe, die kann man den Kindern muss man nie verwehren. Im Gegenteil, es ist einfach total förderlich. Dann sind die satt im emotionalen Sinne und wenn man sie eben dann auch noch gut versorgt, wenn man eine sichere Bindung hat mit seinem Kind, das bedeutet ja auch, dass man als Mutter adäquat und prompt auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert. Also es zeigt, es hat Hunger und sofort gebe ich die Brust oder gebe das Essen. Oder es muss gesäubert werden, es zeigt, es hat in die Windel gemacht und ich reagiere prompt. Also das sind dann die relevanten Faktoren, wo das Kind sich super entwickeln kann, wo sich das Gehirn auch gut entwickeln kann und wo das Kind diese Ur-Sicherheit, dieses Ur-Vertrauen mitnimmt in sein Leben. Ja, mir kann hier gar nichts passieren. Ich bin immer behütet und beschützt. Und ja, macht was für das ganze Leben. Und von daher ist Bindung ein wirklich wichtiges und ich finde total spannendes Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mal so einen Einblick in so eine Studie zu kriegen, so einen ganz kleinen, wie so gearbeitet wird, ist natürlich ein mega Aufwand für die Forscher, sowas zu betreiben, ganz klar 27 Menschen zu begleiten oder die ausfindig zu, 67 oder die ausfindig zu machen und dann rückwirkend das alles zu recherchieren und die Messungen natürlich, eine Vergleichsgruppe aufzubauen. Das ist ganz klar. Aber so Langzeitstudien sind halt einfach total wertvoll und da wünsche ich mir gerne weiterhin Input aus Forschungsrichtung, weil man dann auch sehr schön immer untermauern kann. Was heißt das dann tatsächlich für unseren Alltag und für unsere Praxis? Wie sollten Babys, wie können sie artgerecht, um es nach Nikola Schmidt zu sagen, aufwachsen und wie können sie sich am besten entwickeln und entfalten? Wenn es euch gefallen hat, teilen gerne. Vor allem freue ich mich über Bewertungen und Kommentare. Damit macht ihr mir natürlich eine Riesenfreude und wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Gut, dann macht's alle gut und bis bald. Ciao!